Es ist nicht schön, in einem suchtaffinen Umfeld aufzuwachsen. Es gab Phasen, wo meine Eltern auch deutlich depressiv waren und da war der Alkohol dann immer präsenter. Und das ist dann natürlich auch eine Abwärtsspirale. Ich saß manchmal alleine als Kind in der Kirche und habe ans Kreuz geschaut und habe gesagt, Jesus, warum hilfst du mir eigentlich nicht? Was für den Alkoholiker dann die Substanz ist, der Alkohol, ist für dich die gedankliche Abhängigkeit, die psychische Abhängigkeit. Ich habe über die Jahre dann in dieser Selbsthilfegruppe auch gemerkt, wie Jesus die Menschen zu besseren Menschen selbst macht, zu leichteren Menschen, die das Leben leichter nehmen, die friedlicher mit ihrem Umfeld umgehen, die einfach in sich gesünder sind und wie sich der Glaube auf ihre Familie auswirkt positiv und wie sich die ganzen Familienverhältnisse glätten. Das war für mich ein Wunder.